. Herzlich Willkommen auf dem Flughafen von Palma der Mallorca, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie zur eigenen Sicherheit. Wenn Sie so lange fest angeschnallt sind, müssen Sie entweder die Bankposition erreicht haben und dann noch die Anschneidzeichen, die immer erloschen sind. Vielen Dank. Seid Sie gleich ganz vorsichtig beim Öffnen der Gepäckwächer, wenn Ihnen keine verrutschten Gepäckstücke entgegenfallen. Im Namen der bei Vicky und der gesamten Truefly-Besatzung möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen allen hier verabschieden. Wir haben Sie heute Morgen sehr gerne mit heute begleitet und hoffen, dass Sie wieder aufkommen. Ich will, dass du siehst. ich glaube, da waren wir übernommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.